So, wie weit seid ihr? Seid ihr bereit? Läuft set. Okay, läuft ja? Okay, Kamera läuft. Okay, gut. Sehr verehrtes Publikum, ein erneutes und herzliches Willkommen zu The New Acting Talent Behind the Scenes. In wenigen Augenblicken werden unsere letzten vier Finalistinnen die Toreinfahrt passieren. Ich verspreche Ihnen exklusive Momente hinter den Kulissen bei der meistgesehenen Castingshow Deutschlands. Was? Alter, ey. Du bist im Bild. Noch mehr weggehen? Ja. Soll ich auch vielleicht nochmal die Klappe machen? Klappe halten, das sollst du. Okay, auf Anfang. Schwenkst du nochmal? Okay. Und? Sehr verehrtes Publikum, ein erneutes und herzliches Willkommen zu The New Acting Talent Behind the Scenes. In wenigen Minuten werden unsere letzten vier Finalistinnen die Toreinfahrt passieren. Ich verspreche Ihnen exklusive Einblicke hinter die Kulissen der meistgesehenen Castingshow Deutschlands. Zur Erinnerung, in diesem Jahr geht es um nichts weniger als eine Hauptrolle an der Seite von Elias M'Barek, in dem dritten Teil von Schnauze Schiller. Okay, Zeit? Ankunftszeit. Ich rufe an. Okay. Guck dir mich an, wie so ein Trostbrot. Ich habe so einen BH gekriegt. Der pusht meine Titten, als wäre ich so... Hi, hier ist Luisa. Ich bin die... Verona Poth. Wir stehen gerade in der Einfahrt und haben schon die Anfahrt. Ja, guck mal hier. Wir haben schon die Anmoderation abgedreht. Und wir warten noch nach euch. Das war heute, die wir vor drei Minuten hier sein sollen. Was hat die denn? Sag mal, ist heute Abend schon was vor? Es gibt da so ein neues, geiles Unterwasser-Fischrestaurant. Ich esse kein Fisch. Das stimmt auch Fleisch. Okay, beeilt euch aber, das geht ja. Zehn Minuten. Zehn Minuten, willst du mich verarschen? Ja, da steht ein Schaf auf der Fahrt. Willst du mich verarschen, Alter? In zehn Minuten, da ziehe ich mir zehn Lines und habe zehnmal Let's Dance abmoderiert. Ey, fuck. Komm, ich voran. Sorry, Simone, die kommt einfach nicht voran gerade. Steck dir dein Sorry in deinen fetten Arsch. Freuen Sie sich gemeinsam mit mir auf vier wahre Schönheiten, vier außergewöhnliche Menschen, vier neue deutsche Talente. Freuen Sie sich auf Kix, Leonora, Frieda und Cassandra Mays. Nice, Energy. Sehr schön. Hallo, willkommen. Hi. Hallo, schön, dass ihr da seid. Mich kennt ihr ja schon. Ja, ich bin Simone. Das ist die Luisa, die wird euch gleich ein bisschen briefen. Und wir sehen uns dann später in der Villa. Ja? Wann? Um 17 Uhr, eine Stunde zwanzig. Das geht nicht, habe ich eine Massage. Also eine Stunde später, ne? Also bis gleich. Viel Spaß beim Schauen. Hi, Mädels. Einen wunderschönen guten Abend, Ladies. Hi. Hallo. Na, wie ist die Stimmung? Alles gut? Ja. Ich sehe, ich habe Farbe gekriegt. Ja. So ein Rot. Das ist braun. Seid ihr aufgeregt? Ja. Text gelernt? Klar. Ja, wird super. Wir haben eine schöne Überraschung für euch. Wir haben keine Kool-Afflaschen. Überraschung? Ja. Geil. Ich bin gespannt. Gleich. Sponsor? Achso. Schneller. Oh, wir laufen weiter, ne? Dögen wir? Wir laufen weiter? Okay, gut. Also, wir haben eine, nee, bitte nicht. Wir haben eine Überraschung für euch vorbereitet. Und zwar kriegt ihr Luisa. Das ist ja spannend. Ja. Jawohl. Also, wir haben eine Überraschung für euch vorbereitet. Und zwar habt ihr jetzt, kurz vor den Auditions, 10 Minuten Handy-Time. Geil. Geil. Geil, danke. Du musst einfach das Zeug hält. Und vergesst den, ähm, Hashtag bitte nicht. Der lautet? Hashtag Nett. That's my girls. Viel Spaß. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.